Als ehrbarer Kaufmann wird ein Leitbild für verantwortliches Handeln in der Wirtschaft bezeichnet. Was wie ein Relikt aus dem Mittelalter klingen mag, ist auch heute für Unternehmen mit Bestreben nach Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung aktuell. Dennoch hat er den Nachteil eines jeden Leitbildes. Er setzt nämlich freiwillige Motivation voraus. Genau dagegen soll die Initiative Lieferkettengesetz helfen. Mein Name ist Attitan und ihr schaut hier ein Video zum Thema nachhaltige Lieferketten oder um genauer zu sein zu der Lieferketteninitiative. Das Video ist Teil der Bürgeruniversität Düsseldorf. Mit einem Lieferkettengesetz soll der Versuch unternommen werden, deutsche Unternehmen und ihre Geschäftspartner für die Einhaltung von Menschenrechten entlang der Wertschöpfungskette zu sensibilisieren und damit nachhaltige Produkte für uns zu schaffen. Vorangetrieben wird dieses Gesetz von Entwicklungsminister Gerd Müller und Arbeitsminister Hubertus Heil. Da dieses Vorhaben bei der Einführung sowohl national als auch international von Bedeutung sein wird, will ich euch in diesem kurzen Video einen Überblick über die Thematik geben und euch motivieren, am öffentlichen Diskurs teilzunehmen. Zum Einstieg möchte ich euch kurz die Wertschöpfungskette bzw. Lieferketten in ihrer vereinfachten Form erklären. Aus mehreren Rohstoffen, die von mehreren Zulieferern zum Produktionsstätten gebracht werden, werden Konsumprodukte für den Handel produziert, wo wir als Konsumenten das Produkt letztendlich kaufen und nutzen. Dieses Prinzip lässt sich auf jedes x-beliebige Produkt übertragen. Jedoch hat in den letzten Jahrzehnten die Komplexität von Lieferketten angetrieben von der Globalisierung, der Digitalisierung und globalen Netzwerken immens zugenommen. Und so liegt der Ursprung und der Verarbeitungsort von vielen Produkten, die Teil unseres Alltages sind, auf ganz anderen Kontinenten. Das lässt sich gut an einem Alltagsbeispiel veranschaulichen. In der aktuellen Corona-Situation bin ich mir sicher, dass der eine oder andere gerne mal in der Süßwarenabteilung im Supermarkt fündig geworden ist. Aber wie landet eigentlich so ein Schokokix-Produkt bei uns? Wenn wir uns Lieferketten ansehen, können wir feststellen, dass die Rohstoffe von vielen verschiedenen Kontinenten geerntet, weiterverarbeitet und an Produktionsstädte in andere Kontinente verschickt werden. Ein langer und komplizierter Weg für ein kleines Stück Schokolade. Der Nachhaltigkeitsaspekt setzt hier vor allem beim sozialen Teil an. Denn in Entwicklungsländern und Schwellenländern gibt es im Gegensatz zu Deutschland oft einen geringeren Arbeitnehmerschutz, also weniger Rechte und schlechtere Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter. Diese Komplexität der Lieferkette spiegelt jedoch auch die immense Macht der Konsumenten wider. Sobald ein Konsument in Deutschland sein Kaufverhalten anpasst, wird durch die Lieferkette ein Prozess in Gang gesetzt, der Auswirkungen auf Mitarbeiter in Russland, Ghana oder Malaysia im Gang. Natürlich trifft das nicht auf alle Produkte zu. So werden auch viele Produkte, die wir in Deutschland kaufen, in Deutschland oder auf dem europäischen Binnenmarkt unter fairen Bedingungen produziert. Eine nachhaltige Lieferkette hat das Ziel, den negativen Einfluss auf Menschen und Umwelt entlang der Wertschöpfungskette zu minimieren. Natürlich ist so ein Unterfangen nicht frei von Herausforderungen. Aus Studien und aus der Praxis wurden folgende genannt. Es bedarf eines Umdenken in der Konsumgesellschaft sowie in der Belegschaft von Unternehmen. Die Menschen müssen sich also für Nachhaltigkeit öffnen und diese annehmen, also zum Beispiel auch gezielt nachhaltige Produkte kaufen. Allgemeine Unsicherheiten wie neue Regelungen oder Naturereignisse, die eben genannte Komplexität, Herausforderungen der der Operationalisierung, wie zum Beispiel das Top-Management-Commitment und natürlich die Kosten. Denn natürlich haben diese globalen Lieferketten einen Effizienz und Kostengewinn mit sich gebracht, der bisher auch zu einem nicht unwesentlichen Teil zu unserem Wohlstand beigetragen hat. Insbesondere die drei letzten Punkte werden als Kritikpunkte an der Initiative Lieferkettengesetz hervorgebracht, weswegen wir uns mit diesen kritisch auseinandersetzen wollen. Kritiker sehen im Kostenfaktor eine Gefahr für die Wirtschaftlichkeit und somit die Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Unternehmen und erachten eine Sanktionierung von deutschen Unternehmen für Vergehen von Lieferpartnern als unfair. Des Weiteren sei ein vollständiges Tracking nicht operationalisierbar und durch die Komplexität gibt Transparenzmangel und nicht alle Informationen liegen in Deutschland vor. Befürworter argumentieren hingegen, dass die Mehrkosten zwar vorhanden sind, aber auch für die Konkurrenz gilt und somit wieder zu Chancengleichheit führt. Die Wettbewerbsfähigkeit wäre somit nur bedingt gefährdet. Außerdem ist eine mögliche Sanktionierung noch nicht weiter vertieft worden und soll nur bei nachgewiesener Vermeidbarkeit durch deutsche Unternehmen im Gespräch sein. Auch das vollständige Tracking wird es vermutlich nicht geben, sondern eher eine systematische Konzentration auf Risikogruppen wie zum Beispiel Länder mit schlechten Arbeitsbedingungen oder Sektoren mit Kinderarbeitern. Auch eine gesteigerte Komplexität lässt sich im heutigen Informationszeitalter nicht mehr rechtfertigen, insbesondere da es bereits vergleichbare Initiativen in Nachbarländern wie Frankreich, den Niederlanden oder auf EU-Ebenen gab. Befürworter und namhafte Unternehmen sehen hingegen in diesem Gesetz eine Möglichkeit für Chancengleichheit im Wettbewerb und Transparenz für höhere Preise in der Öffentlichkeit. Die internationale Tragweite wäre groß, da Deutschland das nicht größte Importland ist und damit eine Vorbildfunktion hat. Dies würde zu einem verantwortungsbewussten Wirtschaften bzw. den ehrbaren Kaufmann führen. Für uns als Bürger stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie sich Nachhaltigkeit mit meinem jetzigen Lebensstil verbinden lässt und ob ich das tatsächlich brauche. Brauchen wir ein Lieferkettengesetz? Diskutiert dieses Thema gerne mit eurer Familie und Freunden. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt etwas lernen können. Schaut gerne wieder vorbei.